Hey Leute, heute befinden wir uns hier in Aubat Thulen und Leute, das ist auch das letzte in diesem Jahr, denn Leute, das Wasser ist wirklich geisteskrank kalt, also Leute, ist wirklich kalt. Leute, ihr seht auch die Rutschen, die eigentlich im Juli noch um diese Uhrzeit noch funktioniert haben, funktionieren gar nicht mehr. Vielleicht hat es ja auch gar nicht funktioniert, weil eigentlich ist es schon September, das heißt, es ist schon, der Summer Season ist schon vorbei, das heißt, Winter Season ist. Also Leute, naja, aber von dem Steg kann man natürlich auch im Winter springen, wem das Eisbad nicht so kalt ist, also naja Leute, also ihr seht, es ist auch wirklich nicht, gar niemand hier im Steg eigentlich. Na ja, ich wollte euch nur, ich will noch ein bisschen springen, Leute, ihr habt ja mal gesehen so, aber naja, ich wollte euch nur sagen, dass es für dieses Jahr das letzte ist. Wir kommen auch gar nicht mehr hierher, weil, naja, vielleicht im Winter, vielleicht im Winter kommen wir auch hierher, aber ich werde nicht reinspringen, natürlich. Na Leute, ich würde sagen, ja, wir legen los mit dem ersten Sprung, wir genießen es noch und ja, Leute, let's go. Bro, das Wasser ist so kalt, wirklich, ich schwöre es euch, es ist so kalt, Bro. Leute, das Wasser ist wirklich sehr, sehr kalt, aber ja. Leute, ich will jetzt etwas, naja, jetzt ein Popo-Klatsche machen, also so ein richtiges. Hat das, ich hab, ja, okay, sehr gut. Ich hätte auch so, ich, na Leute, ich würde auch gerne sehr rutschen, sehr gerne rutschen, aber es geht leider nicht. Also ja, okay, let's go. Let's go. Aua, okay. Leute, ist vielleicht ein bisschen, ähm, ja. Ja, also, ja, Leute, das war jetzt keine Freude, ich bin ganz nach unten gekommen, das Wasser ist nicht tief genug. Ja, Leute, da hab ich vielleicht ein bisschen mich unterschätzt, aber, naja, okay. Ja, okay, ja, okay, ist ein bisschen rot, Leute. Naja, kann mal passieren, also, ja. Okay, ich glaub, ich springe mich ja lieber da. So, Leute, letzter Sprung und dann schwimme ich weg. Ja, Leute, würde sagen, das war's für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Naja, mit diesem letzten Auber zu tun, Leute. Und, ja, ich würde sagen, ich springe jetzt rein. Und, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und ciao! Hallo! Leute, schwimm jetzt weg! Und, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Macht's gut und ciao!